Du, ähm, du lootest ein bisschen, sagst du? Ja, ist auch mal ein Prestige. Nennt, du hast deine Freundin ihre Tage. NICE! Freundin? Ja, das ist ein guter Witz. Habt ihr ihre Tage? Welche eine hätte? Alter, du, ich hab gerade, also die ist wirklich ein bisschen lost. Ich hab die gerade um so ein brennendes Fass geloopt. Wie so ein Tree-Tag.